Siehst du ihn? Und Sie sind nicht zufällig die Verdächtige, die vom Tatort geflohen ist, oder? Nun, es ist schwierig, sich zu erinnern, mit einer Waffe im Gesicht. Ich weiß, was Sie sind. Es war eine Falle, oder? Ich weiß, dass Kate zu so etwas nicht fähig ist. Aber mein Käpt'n stellt mir verdammt unbequeme Fragen. Und ich komme nicht mal in Ihre Nähe. Sagt Ihnen vielleicht der Begriff Icarus etwas? Wieso? Es wird hier erwähnt. Hope hatte das in der Hand. Vielleicht aus seinem Tagebuch. Sie haben Beweise gestohlen? Kate ist alles, was mir in Familie bleibt. Und Cops überleben im Knast nicht lange, Lieutenant. Wenn sie verurteilt wird, ist das ihr Todesurteil. Ich nehme Sie nicht fest. Das bin ich Kate schuldig. Aber eine Menge Leute werden das versuchen. Und das kann ich nicht verhindern. Lernen Sie lieber wegzulaufen. Laufen kann ich am besten. Ropeburn hat ein Büro bei Z-Burfield International Shipping, nähe U-Bahn Riding Park. Oben auf dem Gebäude müsste ein Schild sein. Ich habe Ropeburn mal beim Wrestling gesehen, hat seinem Gegner den Arm gebrochen und im Ringrichter einen Kopfstoß verpasst. Wenn Ropeburn wird lieber mit dem Mord an Polk und dem Komplott gegen Kate zu tun hat, dann ist er bestimmt kein großer Redner, sondern ein Kämpfer. Die Zwischensequenzen finde ich ziemlich nice gemacht. Mit diesem Anime-Look. Das ist mal etwas anderes, was man sonst so von Spielen gewohnt ist. Leider ist alles ziemlich weiss hier. Ich glaube in OBS sieht es noch viel weisser aus, als es wirklich ist. Ja, wo geht es jetzt lang? Warum kann ich ja nicht? Du, du, du. Ne. Ach so. Ah, spannend. Wieso ist sie nicht gesprungen? Ich habe die Leertaste gedrückt. Und was mache ich hier? Das hat sich so angehört, als ob es mir getan hat. Ah, I see, I see. Knappes Ding. Knappes Ding. Was soll denn das gehen? Was soll denn das gehen? Gut, das ist, äh, Schwierigkeitsstufe sehr hart. Ach, come on. Das mit der Wand, Kuh, Wand. Das mag ich gar nicht. Ich check nicht, wie man das machen muss. Ja, doch, ich würde es ja eigentlich richtig machen, aber ich bin, äh, jetzt aber. Das ist ein bisschen Pain in die Ass, ein bisschen. Da ist die rote Tür. A, I see. Nochmal genau das gleiche. und von diesen tasten kombinationen schicke ich manchmal wirklich nicht ich habe schon so viele übersehen ich wollte sagen das wäre jetzt ziemlich doof gewesen wenn du das so gemacht hättest der pfeil wieso auch immer hier ein pfeil drauf ist der jetzt in diese richtung zeigt ach so gut da ist einfach die türen offen lassen bei einem server raum ich weiß nicht was ich sagen soll ich habe etwas vereinfacht und wir sitzen außerdem noch einfach mehr leute im nacken naja und die wollten dass wir sie den kopf liefern weißt du ja ja es sieht natürlich gut aus für dich und deine kleine gegner das mit denen in ein paar tagen ist alles vorbei die zeitungen von heute sind das halbpapier von morgen sobald du oberhalb der straße bist ist alles schön ruhig wir sehen uns da und bring bloß keine deiner freunde mit sind wir klar wie auch immer ich brauche jetzt erstmal was zu futtern ein körper wie dieser hält sich nicht von alleine sind alle korrupt ich frage mich mit wem er sich triff kommt zurück wir finden ein weg dich auch ohne einladung da rein zu bringen nimm doch die waffen so nimmst du nicht die waffe mit ist das so eine regel bei runnen kein waffengebrauch das war ziemlich schlau von mir wahrscheinlich ist eigentlich der richtige weg aber ich habe wieder was falsch gemacht ich bin so was von nicht für das spiel gemacht es ist übrigens nur gerade die leichte schwierigkeit stufe nur so nebenbei man muss doch sicherlich da irgendwie ja man muss so lang aber wie das ist durch die scheppe schon raus fucking hell hey ey mädel ist das die scheppe schon raus hat euch was sind das scheppe schon raus Ach, come on! Das kann es doch nicht sein. Geht doch hoch! Junge, Junge, Junge. Was bringt mir das jetzt hier? Ich muss irgendwie nach oben. Aber wie? Wie denn? Wie? I don't know! Lass mich! Ich weiß nicht, wie, wo, was. Ich weiß nicht, wie, wo, was. Ach so, einfach hier raus, oder was? Nee. Aber da ist eine Leiter draussen. Dort ist eine Leiter. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich ehrlich bin. Das ist ja der Rückweg. Oh Mann, ich bin ja blind. Oh Mann, ich bin ja blind. So, ich bin ja blind. Das ist ja der Rückweg für die Typen steht und lassen wir ein dick und fett Beförderung. Ballschönen Weg. Ah, King Hell. Okay, einfach weiter, einfach weiter. Alter, ich sehe nichts. Los. Ich bin so schlecht. Und so blind. Oh Mann, ist ja nicht mehr schön. Geh schon auf. Nicht gut. Warte, ist es da etwas in der Karte? Schacht? Ne. Ah, muss das sein? Das muss doch echt nicht sein, oder? Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwas falsch gemacht, ja. Ah, muss das sein? Achtung, kommt voraus, sieht aus, als müssen Sie zu kämpfen. Bewegen, bewegen! Oh, oh, oh! Schacht, 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 schacht! Oh, 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 oh! Okay, okay, gut, gut, gut! Oh, oh... Und springen und hier runter durch. Junge, Junge, Junge. Ich bin jetzt schon zu alt für diese Art von Spielen. Ja! Okay, weiter geht's. Fug! Halt dich doch fest! Ja, und wo lang wieder? Ja! So, hier, okay. Go, 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 go! Okay, hier runter. Das war nicht gut. Auf der Plaza sind jede Menge korps. Du musst nach oben, um da wegzukommen. Hä? Was? Was machst du? Ich muss hoch. Ich muss hoch. Sie machen einfach von nichts Halt. Ich muss hoch, aber ich muss doch nicht hoch. Ich muss hoch. Das Versteck ist auf der anderen Seite der Blase. Ja, ich hab's gesehen. Danke für die Erinnerung. Tschüss! Und jetzt wieder runter? Ich check's nicht. Ich kann doch jetzt check's. Was? Hat mir das was gebracht? Ich glaub nicht. Der Helikopter wurde zurückgepfiffen. Aber nicht so lange, feuchte ich. Hä? Hä? Okay, doch. Ich bin jetzt etwas höher. Really? Du kannst hier nicht den Vorsprung hochklettern? Ich helf mich. Du musst deine Scheisse. He? Die Beine душi. Doch nicht so schwierig eine Leiter zu nehmen. Okay, ja, sage ich, der hier bloß vom PC sitzt und sie macht die ganze Arbeit. Äh, was? Das ist doch geisteskrank. Geisteskrank! Geisteskrank! Ich habe es nicht geschafft. Ja, moin, danke für den schlechten Checkpoint. Bye, bye! Geisteskrank! Junge! Also, nochmals bitte. Diesmal aber richtig. Hoffentlich. Go, 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 go. Ich muss etwas mehr nach links springen. Hast du gerade gemacht, was ich glaube? Verdammt, ich habe mir den ganzen Kaffee über die Kastatur gegeben. Hey, kannst du Milla erreichen? Ich muss sie nochmal treffen. Klar. Ja, ich kann es auch nicht glauben, was ich da gemacht habe.